Pünktlich mit dem Eintreffen der englischen Brudermannschaft fing es in Oberschleißheim anzuregnen. Neben den deutschen Lokalmatadoren sind noch neun andere Gastnationen dabei. Für mich ist das die erste internationale Regatta im Jahr. Sozusagen ein erster Standpunkt in die Saison. Und ja, mal schauen, was das Ganze bringt. Na klar muss man schauen, wie man international steht. Bis jetzt waren ja immer nur die deutschen Wettkämpfe, also in Deutschland. Aber meine Erwartungen sind an uns sehr hoch. Ich will versuchen, das Beste zu geben hier. Die internationale Juniorenregatta wird seit 1995 auf der geschichtsrechtlichen Anlage in Oberschleißheim ausgetragen. Für die Sportler die erste Standortbestimmung für die Saison. Das ist eine Regatta für Junioren. Das sind Ruderer, die zwischen 15 und 18 Jahren sind. Wir reden auch immer von U19, aber das muss man ja ein bisschen ausführen. Und die 15- bis 16-jährigen Junioren, die rudern über eine Strecke von 1500 Metern. Und alle anderen, die 17- und 18-Jährigen über 2000 Metern. Die Juniorenregatta ist aber nur der Anfang. Die Olympiaregattastrecke in Oberschleißheim soll in den kommenden Jahren durch weitere internationale Wettkämpfe aufgewertet werden. Wir hoffen auf eine Europameisterschaft der Junioren, auf eine Welt-Mastersregatta und zwei World Cups, die es da schon vorher das letzte Mal 2012 hier in München gegeben hat. München als Regattastadt ist super beliebt. Und es wäre ja schade, so eine tolle Anlage da nicht weiter auch nutzen zu können. 73 Rennen stehen am Wochenende auf der Anlage an. Und die steht dann zum allerersten Mal unter dem Prädikat Qualifizierter Landesstützpunkt München. 15 15 15 16 22 22 22 23 22 23 28 24 23